But you wake me up. I was just a sleepwalker. You wake me up. Was just a never sleepwalker. Willkommen Freunde zurück hier bei Risen. Toll, das war gut gezielt. Gut gezielt, ist halb getroffen. Kommt nur her. Na kommt. Und hört auf hier mit Zeug zu schmeißen. Das könnt ihr schön vergessen. Komm mal hier her, bei dem Baum. Hier ist es schön. Also manchmal greift er schnell an und manchmal eher nicht so. Hä? So. Kollege. Gleich bist du Geschichte. Lange machst du es nicht mehr. Na komm doch. Na komm doch. Dann komm ich eben. Wenn der nicht will. Sichel. Werkzeugbeutel. Müssen wir jetzt auch noch Werkzeugbeutel suchen oder was? Wir hauen uns erstmal... Licht. Starke magische Heilung. Wir hauen uns erstmal eine schwache magische Heilung in den Kopf. Und ich nehme an, hier kommen wir ein bisschen schwieriger rüber. Dafür ist dann wahrscheinlich der Levitationszauberspruch, wie wir es eins in dem einen Ladebild schon gesehen haben. Rostiges Schwert. Teller. Pokal. Eine Truhe. Zu der ich eigentlich gar nicht wollte. Oh, ein Ring. Wahrscheinlich ein Ring sieht zu Knechten. Spitzhacke. Ah, jetzt müssen wir nur noch schürfen lernen. Was haben wir hier? Was ist das? Ein kleiner Bernstein. Okay. Na gut. Das waren dann die Kobolde, die Gnome. Einmal gerecht. Haben wir hier noch irgendwas? Außer diesen Keiler, gegen den ich keinen Bock habe zu kämpfen. Weswegen wir hier runter gehen. Oh, ich hab nur noch mal nach Kräutern geguckt. Ob es nicht irgendwas Tolles hier gegeben hätte. Aber leider nicht. Dann müssen wir uns mit diesen Bären hier zufrieden geben. Das ist die Donnerechse da oben, gell? Ich glaube ja. Ein Grünblatt. Und da haben wir noch eine Reiselust. Die wollen wir natürlich auch nicht da stehen lassen. Die brauchen wir. Immer in 10 Erfahrungspunkte. Und da ist ja ein Wolf. Das sind zwei Wölfe. Okay, wenn es zwei Wölfe sind. Und da drüben ist noch eine Stachelechse. Äh, Stachelechse. Eine Stachelratte. Stachelechse war... War Lufia. Drei Wölfe sind's. Einer hungrig, zwei normale. Nee. Nicht mit uns. Kannst du schön vergessen, Kollege. So, das war der. Aua. Mano. Hat wehgetan. Und das war der. Tschüss, Wölfe. Da ist der Hungrige. Wo ist der andere? Wolfi? Wolfi? Ach da. Gar nicht gesehen. Mal ja, hinten was? Nö. Äh, äh, äh. Die da. Und einmal ganz kurz abspeichern. A Hafenstadt stand da drauf. Na du. Kommt vielleicht noch eine an. Was ist denn das hier? Meine Fresse, ey. Das waren die Stachelratten und unser Levelaufstieg. Den haben wir uns verdient. Haben wir noch ein Grünblatt. Oh nein. Ein Ghoul. Wollen wir probieren? Ich weiß, dass wir jetzt sterben werden, aber hey. Aber es ist schon ein kleiner Ladebildschirm, oder? Wenn wir es mal mit einem Ghoul. Oh Gott, das sind zwei Ghoule. Das sind zwei Ghoule. Aber es hat nur einer Bock zu kämpfen. Vielleicht schaffen wir das sogar. Sieht bisher ganz gut aus. Also wenn wir den so in die Ecke drängen können. Au. Tiefe Gewässer sind tödlich. Ja, wegen dem Sumpfwurm. Das haben wir ja schon erlebt. Also, wir könnten es schaffen. Ich halte es für unrealistisch. Wir haben es gerade auf die Hälfte geschafft. Und er macht einfach einen One-Hit-Up bei uns. Wir waren zwar nicht ganz voll. Oh nein. Fuck it. Jetzt müssen wir das schaffen. Okay, nein. Wir können auch wegrennen. Nein, das lässt du sein. Das lässt du schön sein, Kollege. Nicht mit uns. Nein. Fuck it. Fast geschafft. Den krieg mal. Den krieg mal. Den krieg mal. Jetzt bin ich wütend. Jetzt bin ich wütend. Dich krieg mal. Ja. Dich mach mal platt. Also wenn der den Magie einsetzt, dann ist der Typ ein bisschen schwieriger. Den krieg mal trotzdem. Oder soll ich wegrennen? Also getriggert hat er uns jetzt. Nee, wir probieren das jetzt. Ja, auch mit dieser komischen Kristallmagie. Da kommst du auch nicht schnell genug weg. Also gut, wir haben jetzt geblockt. Wir sind jetzt im Block rückwärts gegangen. Wenn wir ausweichen würden oder normal laufen, dann würde das wahrscheinlich besser funktionieren. Aber, mh. Mh. Kristallmagie ist böse. Au. Ach man, ich renne jetzt weg. Soll der mich doch mal am Arsch lecken. Ich hoffe nur, wir können wegrennen. Warum lädt er denn jetzt so lange? Wir können nicht wegrennen. Wenn wir uns dann trotzdem erwischt, sind wir dann auf offenem Territorium. Und das wird dann noch schwieriger. Ach, dafür braucht man einen Witz-Zauber-Spruch. Okay. Hä? Ist doch gerade abgewerbt. Wow. Ich sag doch, offenes Territorium sind wir so gut wie tot. Wir müssen das jetzt schaffen. Wir müssen das hinkriegen. Gegen diesen einen Ghoul. Da werden wir doch wohl bestehen können. Wir haben gerade Level 4 erreicht. Das schaffen wir. Ich glaube an uns. Ja, wenn ein Gegner zu stark würdig ist. Der hat uns jetzt leider schon getriggert. Diese hässlichen Keiler hier. Nein! Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh. Ich habe gerade Laden anstatt Speichern gedrückt. Ich habe gerade... Oh Mann. Ich habe mich gerade gefreut, dass wir weg sind. Und dann drücke ich auf die falsche Taste. Wie blöd muss man sein? So blöd wie ich. Toll. Hm. Hust. Ach Mann, ey. Das ist doch kacke. Oh, es gibt sogar einen Zauberspruch, mit dem man Schlösser öffnen kann. Toll. Jetzt hat er uns wieder. Nein, keine Magie. Komm mal ein Stückchen mit raus. Aber nur ein Stückchen. Das triggern wir den anderen am Ende noch. Darauf habe ich dezent wenig Lust. Viermal. Die Viecher schlagen also viermal zu. Ich dachte auch nur dreimal. Mann. Das war so doof. Warum habe ich auf Laden gedrückt? Warum? 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 Heul. Ach Mann, ey. Na komm schon, Ladebildschirm. Mach hinne. Nein, keine Magie. Ich hasse dieses Vieh. Ich hasse es. Ich probiere es jetzt mal offscreen. Dann müsst ihr euch das nicht anderer Ort ansehen. Wenn wir kurz davor sind zu gewinnen, dann schalte ich euch wieder rein. Keine Sorge. Bis gleich. Naja, also gewonnen haben wir jetzt nicht. Aber wir sind zumindest wieder so weit weg von diesen Viechern gespawnt, dass die uns nicht mehr sofort töten wollen. Oh, ein Wolf. Ein hungriger Wolf. Ach, das ist ein Gegner, den mag ich. Das ist ein Gegner, mit dem ich leben kann. Na ihr. Ihr Schnuffeligen. Okay, die haben uns zwar auch ein bisschen Schaden zugefügt, aber... Zumindest raste ich dabei nicht so aus wie mit den Ghoulen. Ich habe da jetzt, glaube ich, 10 Minuten ran rumgekämpft und habe es immer noch nicht geschafft. Alter, was brüllt denn da oben? Halt die Fresse. Ich mache gerade eine Truhe auf. Witz erzählen. Schön. Manna-Wurzel. Manna-Manna. Bappi-di-di-di. Ach, es ist gut. Ja, wirklich. Das muss von da oben kommen. Was haben wir hier? Ein Kraut. Das ist doch schön. Junge Stachel-Echse oder eine normale? Äh, Stachel-Ratte. Dann sage ich immer Stachel-Echse. Aua. Aua. Was macht das Vieh denn? Meine Güte. Alter, iiih. Ist das die Popperze? Iiih. Wie ekelhaft. Iiih. Ich glaube, wir sind da. Ich glaube, wir haben es geschafft. Yolt. Warum liegt der Yolt rum? Yolt. 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 Grog. Okay, sonst nichts mehr. Feuer. Manna-Wurzel. Kreiselust. F8. Stachel-Ratte. Es ist gut. Muss mich immer ausweichen. Oh, wir haben hier eine Bäuerin oder irgendwas anderes mit Goldbeutel halt. Ist mir ehrlich gesagt egal, was ich für eine Berufung hatte. So ein Schlösser knacken verstehe ich nicht. Warum auch? Du kannst es ja wenigstens mal probieren, Kollege. Aber nein. Oh, schöner Strand. Da wollen wir dann nochmal hinschauen. Hier sind noch Geier. Schöne Geier. Genau unsere Kragenweite. Oder vielleicht doch ein bisschen drüber. Weiß ich noch nicht. Sehen wir gleich. Nein, sieht gut aus. Oder? Nicht, wenn sie noch weiter so komisch angeflogen kommen. Na komm. Schön in einer Reihe aufstellen. So. Nummer 1. Und Nummer 2. Aua. Aua. Lass es. Tötet uns fast. Aber eben nur fast. Gluck, gluck. Haha. Das waren dann wohl die Geier. Eine Bäre. Ein Druiden-Schierling. Wo es dahin geht, wollen wir, glaube ich, noch gar nicht wissen. Denn wir gehen... Ja, doch. Wir gehen in der nächsten Folge erstmal runter zum Strand. Und wenn wir da dann uns alles angeguckt haben, dann gehen wir in die Hafenstadt. Bis dahin, Freunde. Tschüss.